Die Piratenpartei unterstützt Partizipation auf allen Ebenen. Uns ist es sehr wichtig, dass die Bürger mitentscheiden können, sich mit einbringen können in die Prozesse. Dafür ist es natürlich auch wichtig, dass die Bürger auch die Informationen bekommen, welche Hintergründe es gibt, wie die Prozesse strukturiert sind und ablaufen. Das ist der Bereich Transparenz, aber eben auch die Möglichkeit bekommen, selbst mitzuentscheiden und darüber auch nicht nur die Politiker zu kontrollieren, sondern eben auch selber zum Politiker zu werden, Entscheidungen zu treffen, selbst für sich und seine Gesellschaft auch Verantwortung zu übernehmen. Und dafür sind Volksentscheide eine sehr gute Gelegenheit und deswegen unterstütze ich Volksentscheide auf allen Ebenen.